ein herzliches willkommen zu einem neuen test video hier auf dem arzenberger online kanal schön dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes video anschaut denn heute testen wir das hier bei mir ich hoffe dass es eine m&m sorten die ihr noch nicht kennt und zwar diese coconut flavor inspired by bounty also das fand ich sehr sehr interessant deswegen habe ich natürlich auch bestellt heute probieren wir es ich liebe m&ms und das ganze mit dem geschmack von bounty das kann eigentlich nur super lecker sein also stelle ich es mir auf jeden fall vor okay dann würde ich sagen wie immer wir fangen das sofort an denn ihr wisst genau auf meinem kanal geht es nur um eins und das ist so bleibt der geschmack also gilt wie immer auf damit und raus damit so dann schauen wir mal rein wir sind ziemlich klein ich bereite jetzt den testteller vor und dann probieren wir so da geht es weiter ich habe die komplette tüte ausgeleert das sind 160 gramm ja wenigstens sind relativ viel dritten zu dem hohen preis ja ich hätte mir jetzt auf jeden fall schon mal gewünscht dass die tüte wieder verschließbar wäre das wäre schon mal gut damit die dinge auch schön frisch bleiben leider nicht na egal da muss man sie halt schnell weg essen okay gut ich probiere sie jetzt mal viel zu sehen gibt es jetzt hier nicht m&ms wie man sie kennt oh ja also wenn man dran riecht sie riechen schon wirklich schön nach kokosnuss und das gefällt mir ich probiere mal ja wenn man hier reinbar ist hat man als erstes die leckere milchschokolade im mund die schön zart schmelzend ist wie man das von m&ms gewohnt ist so jetzt kommen wir mal zu dem geschmack also sie schmecken wirklich extrem nach bounty das finde ich schon mal total klasse was mich jetzt allerdings so ein klein bisschen wundert ich habe jetzt hier einen noch mal durchgeschnitten und ihr seht schon da ist wirklich nur schokolade drin ich habe jetzt echt gedacht es gibt hier irgendwie noch so einen kleinen kern mit irgendwie ja keine ahnung kokosnuss mark oder irgendwie sowas oder diese kokosnuss raspeln aber leider nicht also ich vermute jetzt mal dass man die schokolade irgendwie mit geschmacks verstärken oder sowas hier auf den bounty geschmack gebracht hat naja das finde ich jetzt ein bisschen schade trotzdem schmecken sie sehr sehr gut aber ich habe sie mir dann doch ein bisschen anders vorgestellt naja trotzdem alles in allem leckere m&ms kann ich dazu nur sagen wenn ihr bereit seid so viel geld dafür auszugeben unbedingt mal nachkaufen und selbst probieren gut dann zeige ich euch jetzt die rückseite der verpackung mit den zutaten der nährwerten und da gibt es meine bewertung ja hier ist es dann mal wieder soweit normalerweise wäre es jetzt der dreifach daumen nach oben gewesen aber ich muss jetzt einen daumen abziehen aufgrund des hohen preises 8 euro 99 160 gramm finde ich dann doch schon sehr sehr teuer somit bleiben zwei daumen nach oben übrig was ja auch noch eine gute bewertung ist also wie gesagt ich finde sie wirklich sehr sehr lecker der bounty geschmack der kommt eins zu eins rüber hat richtig gut geschmeckt aber wie gesagt leider sehr sehr teuer gut dann war es das schon wieder mit meinem kleinen test video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein like und ein abo da nicht vergessen morgen gibt es die nächsten test die schon wieder auf diesem kanal ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten video sagt euer atzenberger